Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Oberkassel. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 54 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 990 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Nach der ca. 54geschichte wird auf 790 Euro befallet. Untertitelung. BR 2018